Wir haben wirklich eine super Ausgangslage in diesem Dorf. Wir sind uns das manchmal nicht bewusst. Auch das Gesundheitszentrum. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass man dort dranbleibt. Industrie- und Gewerbezonen. Dort sind wir super aufgestellt. Über 100'000 Quadratmeter einzohnt zum Industrieland. Wir sind super aufgestellt von der Infrastruktur. Wir kommen an Verkehr, ob das Bahn oder Strasse ist. Das ist alles zusammen aufgearbeitet.